So ihr Lieben, äh ich bin wieder da. Guck. Dann machen wir weiter. Ups, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Immer cool, dass man dafür zeichnen kann. Oh, die haben den Hund zurückgelassen. Ja, leider schon. Panny? Cool. Bust out the violins. Check this out. Say hello to my little friend, Jinx. Met him dumpster diving in New Mexico. It was cool. The boy had issues. Mood swings, delirious, self-harm, fun shit like that. You seem to get better with me. I think I love them. He gave me this coin. Said he never gave us trust in no one before. I actually don't have to worry about it. He came here every now and then. Hook up on Cash. But he disappeared. A few miles north from here. In a pot farm, just like this one. He went out one night high as fuck. In Zoom. That was the last time I saw him. Now I gotta hold on to this fucking penny. Just in case. Is that how you got your name? Yup. Well. He must be in law to you. That sucks, brother. Shit like that happens right here. Plus, the guy needed medication. Sure did. I just hope he's okay. Maybe I'll run into his crazy ass someday. Who knows. It's a small world. I handed him back the trust that he gave me. Oh, right. Bad vibes indeed. And we do worse. Jake? Please? Well, just don't laugh. I guess my worst memory is when I lost my faith. Yeah, you mentioned it. What happened? I used to be a sheep. A true believer. I was raised in Haven Point, Nevada. Small community. And we have this amazing reverend. People line up to listen to her. Okay, but she's intense. But for some reason things happened to me and I started doubting myself. It kind of escalated. People said I was trouble. I couldn't get the answers I was looking for. Even from my own folks. I know the feeling. I felt so lost. Wasn't sure what to believe anymore. So I left. I just needed to be alone for a while, you know? Find the truth by myself. I'm still looking for it. Jacob, my son. Maybe we are the truth you were looking for. I'm glad I found you guys. I don't know if I'll ever go back there. Not until I get a signal from God at least. I hope you can. That your family misses you a lot. I miss them too. Just not the other stuff. You probably did the right thing. I... I don't want the space and answers you need. Thank you, Sean. Um... What about you, Cassidy? Your turn. Uh... Uh-uh. Pass. I already sang a song. Figures. What about you, Sean? You obviously don't have to talk about that shit show back in Seattle. But... If you have something else... Yeah. I've got a whole bag of these. Don't worry. We're all listening, man. Well... This was a while before we met you guys. In that market. We crashed at an abandoned house. With her pup, Mushroom. Um... One morning... She got out to pee and... Disappeared. She had run into a fucking... Puma. No way. Swear. What the hell happened? I've faced it. Like I'm facing you now. Wie, du hast keine Voice Lines. Meinst du das, Lena? Und WB, Lena? Schön, dass du wieder da bist. Hast du den Stream gemuted? Ansonsten... Stream neu laden. Das könnte helfen, eventuell. ich höre dich ja und das spiel wird auch gecaptured vom von obs ich höre dich in die hintergrundmusik aber nicht das gespräch weird einer deiner kopfhörer kaputt eventuell oder stecker nicht richtig drin wer hat ihn Ich glaube. Ein Kind hätte eine Chance gegen einen dieser. Ja. Leben ist eine B****. Wir können nur mit dem Flow gehen. Wie eine... ...River. Ja, das ist weshalb ich nicht... ...draggen sich keine schlechte Erinnerungen an. Komm schon. Bullfuckin... Oh, du hast das B****. 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 Du kannst das B****. Du kannst das B****. Du musst nur auf die nächste Seite fokussieren. Du musst nur auf die nächste Seite fokussieren. Die Erinnerungen... ... sind nur lektungen für den Zukunft. Den Zukunft? Und was ist dein großer Plan, Profit? Willst du wissen, was mein Plan ist? Du kannst uns... ...eine B**** in Costa Rica... ... und dann... ...bohm. ... 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 Du hast irgendwie eine zuckende Frisur, meine Freundin. Aber interessant. Er ist eher für ein Zuhause und sie will eher weiterhin auf der Flucht sein. Es war dann. Oh, ich schreie meine Arm. Ein kleiner Bier. Und wir müssen über Shawn's Hippie-Hair sprechen. Der Mann braucht eine wirkliche Haare-Cut. Oh, ja, er macht es. Jetzt ist es dein Geist, um ein Trim zu bekommen. Karma. Ich werde es ein Tag, zwei. Nacht, alle. Hey. Ich bin aus. Sind Sie noch bereit für Bedeut? Warum ist das eine Entscheidung? What? Aber an sich Haare Das Ding ist, das heißt, wir sind dann wieder nur bei unseren Freunden, dass wir Daniel scheiße finden, das ist auch wieder doof Weil eigentlich müssen wir ihm ja zeigen, dass wir ja noch weiterhin ein großer Bruder sind, nicht nur mit unseren Freunden rumhängen Finde ich Oder man hat sich irgendwie nicht mehr über den Kram gemacht Achso, siehst du, Lena? Aber war ja eigentlich klar, dass man dir liegt Weil bei den anderen war es ja in Ordnung Trotzdem ein nerviges Kind Ja, momentan ist er wirklich nervig Aber ich kann halt seinen Punkt schon verstehen Wenn man halt betrachtet, wie jung er halt eigentlich ist Deswegen, also ich würde Lass ich mit Daniel gehen Scheiße auf die Haare Das ist doch überhaupt nicht Wichtig Vor allem nicht, wenn man Momentan halt kein wirkliches Zuhause hat Und keinen wirklichen offiziellen Job Sag ich jetzt mal Lena ist Verdächtig ruhig Sonst gibt es Sonst gibt sie mir einen Senf dazu bei wirklichen Entscheidungen Ich esse Und Hält ich sonst auch nie davon ab Ich gehe aber mit Daniel schlafen Ich weiß ja nach Aber ihr habt eigentlich Gesprächsbedarf Wer hat Gesprächsbedarf? Daniel und Sean? Ja Was ist da gewöhnt? Das ist richtig Nennst du Pubertät Oh nee, Alter, das ist okay Es ist okay Don't feed the beast, you know Yeah Oh, die Uhr You know Ich glaube, ich mag es trotzdem. Aber es ist jetzt ziemlich hart auf mich. Ja, du bist zu groß. Ich bin. Aber ich würde gerne hören, ob das Wulff-Bröder. Wenn das okay ist. Nur nicht die anderen. Okay? Alles klar. Geht komfort. Wo waren wir? Oh, ja. Wulff-Brothers joined a pack of hounds that roamed all over. Finally, the brothers had found new friends. But the little wolf wasn't so sure about the new pack. He didn't want his brother to run away with them. And so the little wolf would howl and prowl, not knowing what was going on. But he didn't know that nothing could ever separate the wolf-brothers from each other. Ever. Then we will eventually have the little wolf-brothers. I hope. Und der nächste Morgen. Und ein bisschen verschlafen. Das gibt Ärger. Und warum hat der denn keine vorher geweckt? Das ist eine gute Frage. Das dachte ich mir auch. Ja, oder? Die kriegen doch alle Ärger, wenn irgendwer verpennt. Also wäre es doch besser gewesen, wenn die ihn geweckt hätten. Und dann... Hier stellen Sie sich bitte irgendeine Art von Musik vor. Die Sie gerade bevorzugen. Ich verstehe. Also, dass sie ihn zu schlafen lassen haben, ist echt interessant. Aber Lena, wie hast du dich entschieden? Hast du auch... Bist du auch mit Danny gegangen? Oder bist du wachgeblieben und hast einen neuen Haarschat bekommen? Ich finde es so dämlich, dass man einfach nicht irgendwelche andere Musik bekommt. Genauso. Eher dann. Müsst du nochmal nach den Collectibles gucken, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich eins verpasse oder nicht. Hat er mir schon vorgeworfen, dass man zu viel miteinander macht. Ja, genau das ist halt auch mein Punkt, Lena. Genau deswegen bin ich auch mit ihm gegangen. Weil er halt schon gesagt hat, dass wir zu viel Zeit mit den anderen verbringen. Wie viele Tage skippen wir jetzt eigentlich? Das ist kein Ton, nervt mich gerade hart. Und Musik ist halt zu uff. Ja, aber es ist halt, bevor hier irgendwas gemütet wird, im Nachhinein. Das wäre nicht cool. Noch ein Hundi. Okay. Ja. 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 Jackson. Jetzt werden wir so Sachen... Damit wir sparen. Das erkläre ich dir nicht, Katze. Achso, mit dem Gehalt, okay. Und der muss warten. Ich hab's also nichts geändert, dass wir mit Danny gegangen sind, so zickig wie er weiterhin ist. Jesus Kind. Ich weiß nicht, wie es das Farm Lotto ist. Ich dachte, du würden nicht länger dauern. Aber du hast es geändert. Danke. Danke. Cassidy, dein Trimms waren ziemlich weck. Und Big Joe hat mir gesagt, du hast vieles. Ich weiß nicht, du hast es viel zu tun. Ich wollte gerade sagen, meckern wird dir noch dürfen, oder nicht? Jetzt für Sean. Sehr schöne Trimms. Good work, kid. Finn, du hast die Pots in der Greenhouse. Und unsere Asse. Deswegen kommst du zurück. Du kennst das, Boss. Du kennst das, Boss. Wie über eine Reise? Ja. Sorry. Jetzt für den Moment, den du alle erwartet hast. Geh in hier, du little asshole! What the fuck? Don't touch me, jerk! Oh nein. Oh nein. Dieses Kind. Ich bringe dieses Kind um, wenn es geklaut hat. Kein Geld. Das dachte ich mir. Aber schau dir deinen Schein. Bitte, Meryl. Das ist verdammt, Mann. Mann, ich weiß, dass du bist, aber Sean ist ein guter Arbeiter. Ich habe dich niemals keine Verlusten gebracht, oder? Herr, schau! Schau dir den Schein. Sean, ich habe dich vorbeikommen. Einmal zu viele Mal. So ich versuchte, aber jetzt ist mein turn. Okay, Joseph. Just teach ihm eine Lehre. Moment, warte, was? Ja, schau auf damit. Oh, oh. Okay. Versteck spielst du ich. Wer hat das gemacht? Ich habe das gemacht. Meine Schuld. Schau! Ich glaube, das erklären muss ich nicht, oder? Warum ich es jetzt von seinem kleinen Bruder eingesetzt habe. Ich hoffe, das ist verständlich genug. Und jetzt zeigt er es ihm wirklich allen. Und jetzt zeigt er es ihm wirklich allen. Schau! Schau! Das ist mental. Genau. Ich wusste, dass etwas passiert ist mit euch. Man, ich würde mich schaukeln. Wir sind vorsichtig. Ich bin immer hier. In Fall, dass irgendwas passiert. Und ich practice jeden Tag. Mann. So, Sean. Maybe this shit is in your DNA, too. Hmm, nein. Do you have a superpower? Yeah. Dealing with Daniel. Shut up! Es tut mir leid, aber das konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Do you have any idea where it comes from? I mean, it can't be random. I figured it started in Seattle. Maybe the shock triggered something. Fuck, I don't know. But I still don't remember. Don't worry about it. Damn. You're so unique, Daniel. That's why I need your word that you'll keep all this to yourself. Seriously. Oh, this stays right with us. Promise. You can trust us. Jake? I don't know. I mean, this is a big deal, Sean. How long can you keep this a secret? As long as we have to. It's all about keeping Daniel safe. That's my job now, man. What if he has those powers for a reason? Maybe it's our job to help him, too. Guide him. What the... What does he mean, Sean? Dude, no. Do not make this into some cosmic bullshit. You still can't tell anybody. Come on. I wouldn't do that to you, Sean. Or Daniel. This whole thing just blew my mind. I think I need a break. Is that okay? No worries. It's cool. Not after what you guys went through with these bastards. Okay. Talk later. That's so awkward. No worries, sweetheart. I'd never let anything happen to that little guy. Haha. He's a true rebel. Thanks, man. For real. I don't like it. I don't love it. I don't like it, how I still find it. Because he is right. Das ist der einzige Weg, um das zu tun zu tun? Wirklich? Und mit einem Kind? Du wirst wissen, dass diese Arschlöschungen gesammelt sind, oder? Ich glaube... Ich... 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 Den nächsten Morgen aufwache oder in der Nacht aufwache und mein Bruder weg ist, na? No more of this crap! Okay? He just needs his ass kicked once in a while. I think he did. I can tell he was sorry. For him? Yeah. Damn. I'm gonna drink the crap out of this party. So should you. Plus... Since it's your last night, time for your tattoo. A tattoo. A tattoo. What? Are you getting a tattoo? Dude! I want one! No, you don't. We have other things we gotta do.